Herzlich Willkommen zum Part 25 von Metal Gear Solid 1. Ich bin wieder euer VIP-LP und wir machen da weiter, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Also unsere Karte ist runtergefallen, weil Revolver Ozzelot auf uns geschossen hat. Also ganz runter hier von dem Gerüst. Wir müssen sie jetzt wiederholen. Und wir haben auch erfahren, wie man Metal Gear deaktiviert. Ja, ich werde jetzt extra ein paar mehr Parts hintereinander aufnehmen, da ich gerade Lust dazu habe und ich das Spiel auch schnell fertig haben will. Also dieses Projekt. Was auch nicht mehr lange dauern wird. Ja, wenn da weiter so lange an die Leite klettert, wird es auch schon lange dauern. So, wir müssen jetzt nach unten zum Abwasser. Und das Blöde ist, die Karte liegt nicht am Boden, soviel ich weiß. Soviel ich weiß, hat die Karte jetzt eine Ratte. Also ich weiß noch, dass es angeblich eine Ratte gibt, die Karte hat. Oder auch nicht. Doch. Ach, keine Ahnung. So, das ist jetzt schon. So, unten hat kein Weg. Na doch nicht. Oder? Doch, da kommen Ratten durch. Wir würden da nicht reinpassen, oder? Ne, ich denke nicht. Einmal Versuch ist ein Wert. Ne. Also, wie gesagt, soviel ich weiß, hat es eine Ratte, die Karte. Die müssen wir ja versuchen zu bekommen. Da ist eine Kamera. Da haben wir auch Stinger. Ja, haben wir. So. Nehmen wir hier die Sokka, wenn wir haben. Wie wird jetzt rausbekommen und so, weiß ich leider nicht. Weiß ich gar nicht, dass eine Ratte, die angeblich haben soll. Also andere habe ich vergessen, weil ich so ein Noob bin. Mal, also was? Ne. Wie ist nochmal der Trick mit der Ratte? Wie ist nochmal der Trick mit der Ratte? Hm. Okay. Vielleicht... Wartet. Denk ich aber eher nicht. ne ein versuch noch kommt vielleicht müssen wir mit Nikita reinballern was ich eher nicht denke weil die zu weit oben ist ne also wie bekommen wir die jetzt noch mal raus ne ich mal hier C4 hin und hier C4 also extra zwei Ladungen nein wie bekommen wir die verkackte Raptor raus boah mann bis Alzheimer wie ist der Karte folge gerade müsste hier auch ein da ist auch ein Ausgang und da gar nichts hinter war da kommen wir nicht hin also um die Pile Card zu bekommen ist irgendwie mit der Ratte was machen ja rufe mal einen Typen von hier an Ottercon ah ne oder doch die Terroristen haben die Sprengcodes eingegeben ein Staat kann nur noch durch erneute Eingabe der Codes verhindert werden um den Sprengmechanismus zu sperren dazu brauchen sie die Schlüsselkarte finden sie den Schlüssel Snake es ist der einzige Weg ja hätte ich nicht gedacht wir reden wir mal mit dem Master der Schlüssel ist weg suchen sie ihn wir haben den Code schon eingegeben der Start lässt sich nur verhindern indem die Codes neu eingegeben werden was das System sperrt mit dem Minendetektor sollten sie den Schlüssel selbst im Abfluss finden können ach so ok ähm danke Minendetektor da Bombe ok hatte doch keinen Bombe? fick dich ich kann mich nicht in die Luft sprengen ich kann mich nicht in die Luft sprengen ok ich hatte doch keine Ratte Entschuldigung ich bin so schlecht nehmen wir jetzt nach oben geben die erste Karte ein wenn die da raus sind da müssen wir einmal ins kalte Gebiet gehen also so wo wir den Vulcan Raven umgenietet haben damit die Karte blau wird dann so schnell wie möglich wieder hier hin danach müssen wir zum Anfangsgebiet also wo ja jetzt die 2 angefangen haben hingehen also wo Lava ist damit die Karte rot wird dann sehr schnell hier wieder hinlaufen weil wenn wir durch Kälte laufen weiß man ja wird Wärme kalt so so siehts da noch drin? nein ach man jetzt sehe ich nicht ob da noch eine Wache ist ich habe Angst guck mal ich habe Angst keine Wache das kann doch gar nicht sein nehmen wir doch auch eine da ist sie da laufen 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 hier mal eine Ration in die Hand da reinballern wir brauchen hier unsere Droge unser Muni bekommen da ist ja eine Kamera ach man wollte doch gar nicht ich wollte erstmal die Kameras da drinnen aussalten achso dann muss ich mal das Ding da aus auf unsere eigene Gefahr auf unsere eigene Gefahr verbrennt nichts passiert cool so so hm muss ich die Karte in die Hand nehmen oder was jetzt auf einmal geht das so 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 das erweitert blöd dass wir eigentlich die Kamera ausgemacht haben so aber egal sie wollen mich ja nicht stören klar danke so jetzt müssen wir zu der Zeit laufen wir Vulcan Raven als letztes besiegt haben damit da die Karte gefriert ja etwas behindert aber muss es ne und dann noch zum Anfang der CD2 laufen das wird nervig sein ich werde auch versuchen jetzt alle Folgen bis zum Ende aufzunehmen auf einen an einem Stück damit schon alle Parten im Vorrat habe ja und damit sie vielleicht so haben ganz viele Metallane hochladen kann aber nur vielleicht ich aber eher nicht denke weil ich will auch normal spielen und nicht das mein Internet ausgelastet ist ja mein Herz fängt wieder an weh zu tun ja ich hoffe das mit dem Umzug wird auch schnell klappen dass ich dann wieder neue Sachen aufnehmen kann, hochladen kann also laut Unity Media, also da sind wir ja meinen die wird sofort, wenn wir am 31. oder 1. wird sofort Internet da sein so jetzt laufen ist auch schon übertrieben habe ich früher mal aus Bass mit der Stinger alle Kameras gestrottet so hier ist kalt ich muss noch ein bisschen rumlaufen den wir mal drauf gucken so Raben gibt es hier immer noch leider laufen wir mal überall rum, gucken ob da was gibt solange die Palki-Karte friert kann man nix machen damit, dass sie schneller friert leider hier lag Vulcan Raven tot Wurde nun deinen Fraben aufgegessen und die Mini-Garn können wir leider nicht nehmen Mann, da wäre ja geil aber Snake ist auch nicht so stark ach komm, nehmen wir eine Ration hier ist ja kalt, oder? ja, Snake, ja komm doch, früher vielleicht einfach mal Othakon, weil du hast die Karte als nächstes kühlen sie den Schlüssel und wo mache ich das? wir sind in Alaska kommen sie mal draußen nach aber sie sind hier dicht am Lager wo sie mit Reven gekämpft haben es ist mitten im Permafrost und eine Heizung gibt es da auch nicht dieser Schlüssel ist eigentlich eine IC-Karte die Zahnung und der Körper sind aus einer Thermo-Adaptive-Legierung er ist so gemacht, dass wenn er nicht in die korrekte Form gebracht wurde er vom PAL-Code-Eingabe-Terminal im Kontrollraum nicht erkannt wird und der Sprengcode nicht eingegeben wird also, warte, ich habe jetzt leider nichts verstanden so, sie sind hier dicht am Lager wo sie mit Welfen gekämpft haben das ist mitten im Permafrost und eine Heizung gibt es da auch nicht ok, hier und wir sind jetzt noch eine Rechte hier müssen wir warten komm, bleiben wir stehen ah, geht doch da seht ihr die Karte ist jetzt blau also ist gefroren ich nehme schon eine einen Düppel und jetzt müssen wir schnell laufen so Doppel werfen 3 2 1 Level-Dien-Karte nehmen ich werde lieber vorher losgelaufen nach nach, man, einfach laufen, laufen, laufen die Zocken nehmen und die PAL-Cart ne, weiß ich halt laufen, 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 kommt Snake wir wollen es noch in diesem Part sehen wie lange habe ich noch ein paar Sekunden aber das werde ich noch in diesem Part einfach packen einfach über 10 mal wieder ach man gleich klingelt auch mein Handy also ich habe einfach die Countdown angemacht mit keine Stoppuhr also da nicht wundern jetzt versuchen dann so schnell wie möglich auszumachen aber mein Bildschirm geht natürlich wieder aus als ich meine Maus nicht bewege ich habe das jetzt nicht gehört weil es doch leiser war als ich dachte aber eigentlich egal ich werde die noch hinten laufen gucken ist die noch kalt ja ist sie ach sei es mir auf den komm schon mal gucken ist sie noch kalt gut ist es noch dann düppeln die Hands rein hä? hä? achso, Fiek ja ja kalt ist sie noch schneller ich will nicht dass sie warm wird äh äh normale Temperatur Temperatur nicht Schür so warte auf Pal-Code Nummer 3 ok das war Nummer 2 jetzt kommt Pal Nummer 3 Schlüssel erhitzen das wird jetzt nervig sein ähm ähm ja das machen wir aber im nächsten Part also wir sehen uns haut rein nein mein ich lebe odi dr